ChG Meridian ist mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ein kompetenter und unabhängiger Partner für alle Bereiche des effizienten Technologiemanagements. Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung und Realisierung individueller Technologielösungen und deren Finanzierung für unsere Kunden. Das gilt für komplexe IT-Projekte in mittelständischen Unternehmen, hochmoderne Fertigungsstraßen im Industriebereich oder für medizinische Geräte in einem Krankenhaus. Durch unsere Kompetenz haben wir uns zu einem verlässlichen Partner für unsere expandierenden Kunden entwickelt, national und international. An über 35 Standorten in 19 Ländern. Unternehmen benötigen heute aufgrund der gestiegenen Komplexität von Technologieinvestitionen einen Ansprechpartner. Eine vollumfängliche Betreuung des gesamten Technologie-Lebenszyklus trägt wesentlich zu einer transparenten Steuerung in Unternehmen bei. Deshalb steht ChG Meridian für effizientes Technologiemanagement. Für uns bedeutet das, wir entwickeln individuelle, maßgeschneiderte Nutzungskonzepte für unsere Kunden. Operativ steuern wir den gesamten Technologie-Lifecycle. Das beginnt bei der Beschaffung, dem Rollout, der Wartung bis hin zu fortlaufender Service- und Qualitätssicherung. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass sich umfangreiche Technologieinvestitionen rechnen. Unser Technologiezentrum nahe Frankfurt bietet die perfekte Infrastruktur für eine unserer Kernkompetenzen, die Remarketing-Services. Dazu gehört die Rücknahme der Geräte und die vom zertifizierte, sichere Datenlöschung. Uns und unseren Kunden hilft wesentlich unser Bestandsverwaltungstool Tesma Online. Tesma Online ist ein webbasiertes Asset-Management-Werkzeug, über das der Kunde seine Technologiegeräte verwaltet. Eine effiziente Organisation, transparente Kostenkontrolle, eine nachhaltige Wiedervermarktung und individuelle Lösungen. Das sind heute die wesentlichen Erfolgsparameter für umfangreiche Technologieinvestitionen. Und das alles bietet CHG Meridian aus einer Hand. Unabhängig, unkompliziert und kompetent. Ein Wunderbarung, 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 ein Wunderbarung